Ja, hallo und herzlich willkommen zum 19. Türchen meines filmischen Adventskalenders heute mit dem Film Verrückt nach Dir, einer romantischen Komödie mit Justin Long und Drew Barrymore in den Hauptrollen. Die beiden lernen sich kennen und wissen eigentlich beide ganz genau und sagen sich das auch, dass sie eigentlich gar keine Beziehung wollen, halt nur jetzt mal so ein bisschen Spaß miteinander, weil Drew Barrymore ein Jobangebot hat und eh von New York nach, ich glaube Los Angeles ist es ja meistens, ziehen muss und da will sie halt eh jetzt nichts Großes mehr anfangen, aber man kann sich ja nochmal austoben. Ja, aber so nach und nach merkt die beiden dann doch, dass sie Gefühle füreinander empfinden und ja, wie sie das meistern, das sieht man in dem Film. Sehr schöner Film, hat mir wirklich gefallen, vor allen Dingen die Chemie zwischen beiden, also Justin Long und Drew Barrymore passen wirklich hervorragend zusammen in diesem Film. Kann ich also wirklich mal empfehlen, mal was romantisch komisches heute. Ja, das wärst du schon wieder gelesen für heute, morgen geht's weiter und bis dann bleibt noch immer noch zu sagen, ich sage ja zu Deutschen Wasser. Ciao. 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 Vielen Dank.